Weintasting in 90 Sekunden. Heute probieren wir einen Wein des Weinguts Villavineer unter Castelvinum, unter der Bezeichnung Castelvinum, so wie das Schloss tatsächlich heißt, wo der Wein gekältert wird. Schwarze Mädchentraube mit Pinot Noir. Pinot Noir tatsächlich, Spätburgunder, gibt es auch in Siebenbürgen. 2021er Jahrgang, ein einfacher Trinkwein für jeden Tag und da freue ich mich jetzt schon drauf, den mit euch zu probieren. Ohne Barrick, schön leicht, fruchtig, perfekt. Also die Nase schon direkt ganz, ganz leicht. Die Himbeeraromen kommen sofort heraus. Das ist ein ganz leichter Rotwein. Den würde ich jetzt behaupten, wenn mir jetzt ein Tisch wäre mit drei Pärchen, drei Frauen, drei Männer. Die Frau würde sich den aussuchen und die Männer würden dann einen deutlich schwereren trinken, weil der ist sehr, sehr leicht und süffig. Wenn der noch ein bisschen gekühlt ist im Sommer, könnte ich mir den sogar sehr, sehr gut auf der Terrasse vorstellen. Also Himbeeraromen in der Nase ohne Ende. Also den hier auf der Terrasse trinken, leicht gekühlt im Sommer. Und dazu kannst du essen, was du willst. Der Wein macht alles mit. Sehr zum Wohl und außerdem ist er auch bei mir im Shop erhältlich.